Es gibt Dinge, zu denen sind wir nicht bereit. Ich verstehe nicht, dass ich der Sohn dieses Mannes bin. Hol die Geschichte deines Vaters ans Licht, egal was für eine Geschichte das ist, und Wahida wird dich weiter lieben können, weil du mit ihr an denselben Traum geglaubt hast. Ja, wir wollen alle gern fliehen, aber wir werden uns dem jetzt hier stellen müssen. Es gibt eine rechte Zeit für die Lüge und eine Unrechte für die Wahrheit zu spät. Ich bin Araberin. Ich kann auch so sehr Intellektuelle sein. Ans Ende der Welt geflohen, einen amerikanischen Pass haben, die Sprachen gewechselt, dich, den Juden kennengelernt haben. Mir kann die Religion auch so egal sein, es ändert nichts. Ich bin das hier. Solange sie sich in diesem Blut gegenüberstehen, solange werde ich, Eitan, Noras und Davids Sohn, Leas und Edgars Enkel, Erbe zweier Völker, die einander zerreißen, solange werde ich keinen Trost finden. Ich werde keinen Trost finden.